jo heiz und zu stella blade wir haben ja hier den hinweis bekommen dass hier irgendwie noch eine crazy das mal gucken noch ein engel sein soll und hier drüben waren wir schon ich weiß gar nicht wir waren ja schon mal eigentlich überall hier oben war nichts warte mal drüben wäre die tür und die wir eigentlich geschlossen aber ich weiß gar nicht ob wir hier runter jemals nicht wirklich okay war das jetzt offen irgendwie das lied du warst das kannst du sie alles klar das ist aber kein lied es klingt nur deshalb wie 1 weil die schallwellen der stimme gebrochen werden lilly kannst du das entschlüsseln klar ich versuch's mal vierter landetrupp verräter unter uns vorsicht falle kann mich überhaupt nicht mehr bewegen schmerz ewiger schmerz bin erschöpft stell den strom ab bitte beende es was was sollen wir tun du hast sie doch gehört strom abstellen es ist vorbei ja mögen deine erinnerungen fortbestehen für immer mögen deine erinnerungen fortbestehen für immer okay aber dann kriegen wir da hinten die tür jetzt auf oder bringt uns zwar überhaupt nichts aber okay weil hier waren wir ja immer irgendwie nicht durchgekommen warum war das jetzt so war da drüben auf einmal irgendwas explodet ich habe das beim letzten mal gar nicht überhaupt nicht drauf geachtet so hier haben wir letztendlich auch schon eigentlich fast alles gemacht mal gucken zeugnis war klar also das heißt wir beam uns einfach mal da wieder hin und gucken uns das an oder so hier Was ist das? Okay. Fehlt ein bisschen was? Okay. So, Phone. Müssen wir den wegreißen hier? Ist das so? Komm zum Tetrapod zurück, wenn was repariert werden muss. Muss er nicht. Okay, aber lassen wir uns mal kurz ihm Missions angucken. Achso, zum Orbit direkt. Okay, nee, das wollen wir noch nicht. Matrix 11. Halter Sieben, hm? Halter Sieben, würde ich sagen, oder? Komm zum Tetrapod zurück, wenn was repariert werden muss. Abwurf Kapsel, ey, wo war das denn noch? Hmm. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das kennen wir, da waren wir. Boah, ich weiß auch nicht mehr. Okay, lass mal hier komplett durchlaufen und dann ging's ja hier rüber. Okay, so nicht. Okay. 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 Man kann natürlich immer noch nicht hier rüber springen, das ist klar. Okay. 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 Komm. Also, sowas. Ist ja schrecklich. So, ich weiß aber jetzt echt überhaupt gar nicht, wo wir, warte mal, nochmal die Quests anschauen, bitte. Abwurfkapsel, sehen wir das hier schon auf der Map. Genau, sind wir nämlich noch gar nicht, wir müssen ja durch die ganze, ganzen Shit hier durch. Ich weiß aber nicht mehr, wo. Ging's hier hinten durch und dann irgendwie weiter, war das so. Die Abwurfkapsel war das dann hier hinten durch da irgendwie und, äh, wo waren das? Zugang. Hier ist doch der Ausgang aus dem genau da hinten, lass mal hier kurz weiter, ich weiß nicht mehr, wo die Abwurfkapsel war. Genau. Ja. Das ist dann jetzt dahinter, oder? Nee. Shit, ich weiß es einfach nicht mehr. Wir mussten ja irgendwie diesen Kern weg, kommt immer wieder an den Weg. Wir mussten ja irgendwie diesen Weg hier finden, dass wir hier durchkommen. Da, ne? Wobei wir überhaupt nie geguckt haben, ob man hier wirklich noch woanders leben kann, ne? Also hier quasi, zum Beispiel. Ich glaube ich nicht geguckt. Was mit dir? Hm. Sei es drum. Dann kommen wir oben raus und... Alter, ich weiß es nicht. Wir laufen einfach. Ich guck's mir mal an. Ich rinne mich nicht mehr. Also man kann jetzt mit der Bahn komplett durchfahren und so weiter. Hm. Digga. Kommen wir drüben bei diesem Überschwemmungsgebiet an, ne? Und dann haben wir... Äh, in der Theorie. Ja, doch. Genau, das Ziel war ja hier. Nice. Dass wir hier hinten durchgehen. Oh, hatten wir uns das reingezogen? Und jetzt nicht, oder? Oh, Junge. Ja. 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 Ah, da. Okay. Mal hier eigentlich gucken. Alles gut. Ich weiß nicht mehr, wo die Abwurfkapsel war. Ey, wo sind wir da hingekommen? Sag mal. Ich bin mit den Gedanken bei der Abwurfkapsel. Wo war denn das? Ey, wir sind doch dann... Ich bin mit den Augen. Ich bin mit den Augen. Oh, man. Okay. Hmm. Da hinten rüber, hmm. Können wir irgendwo runterschlittern, ne? War das hier? Ah ja. Okay, dann sind wir hier und sind wir dann hinten weiter oder war das die andere Richtung? Ja, da gab es jede Menge Ärger mit Fight und so weiter. Amida! Im Ernst jetzt? Mann! Oh! Uh! 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 Wie waren wir denn hier weggekommen? Einfach die Leiter hoch und dann darüber war das so? Wollen wir mal ausrasten. Okay. Aber da sind wir dann auch durch und dann war da hinten irgendwo... Ich weiß es überhaupt gar nicht mehr, ey. Da sind wir dann... Lass mal gucken. Da gibt es auch noch so eine Kiste, die wir nie aufgekriegt haben. Da haben wir jetzt die Skills... Ich weiß es nicht. Ne, hier diese Kiste haben wir nie aufgekriegt. Junge. Aber... Warum haben wir die wohl nicht aufgekriegt? Hm. Voll sauer. So, geht das jetzt? Wisse. Ka-ching. So gut. Okay. Aus meiner Sicht gibt es doch daneben gleich so eine... Ich gehe jetzt hier hin. Das ist die auch. Da ist ja der... Die Absturzstelle. Und da ist auch eine nice Station. Naja, genau. So. Und da waren wir hier unten. Da ist sie jetzt endlich okay. Okay. Geschafft. 100 Jahre später. Let's go. So. So. der Stadt zu erfassen. Das klingt doch nach Spaß. Irgendetwas in Fischgerichten scheint das Gedächtnis zu stimulieren. So. Geheimversteckte Legion. Finde und Suche Bahn 99 auf der stillen Straße. Finde und Suche Bahn 99 auf der stillen Straße. Finde und Suche Bahn 99 auf der stillen Straße. Müssen wir wieder zurück, ist jetzt ein bisschen blöd, aber naja. stille Straße ist ja meine gleiche erste, die erste Ecke, oder? Nein. Ich bin fertig. Und du, Lily? Wir werden der Kolonie so nah sein. Das muss ich erst mal verarbeiten. Zerbrech dir nicht so den Kopf. Eve ist diejenige, die im Weltraum sein wird. Du und ich warten beide brav im Tetrapport. Ich weiß, aber... Hey, wir sehen, was sie sieht. Also macht die Distanz kaum einen Unterschied. Okay? Na ja, ich wollte eigentlich noch ein bisschen in eine andere Region rein. Genau, das machen wir vorher. So, stille Straße ist das doch hier, ne? Ne, wir müssen natürlich das auswählen. Matrix 11. 1, 2, 2, 8. Oh, vielleicht ist es ja das, was wir hier meinten. Diese Kiste, die man nie aufkriegte. Und die ist ja da hinten. Also, äh, warte mal, wo ist da der Eingang? Und da wartet immer dieser Typ da hinter der Ecke. Hm. Na, komm. Hm, es war doch aber hier, dachte ich eigentlich. Wenn man hier so weit laufen muss. Aber man muss dort rüber. Nein! Nein! Also quasi hier jetzt irgendwo rein, wo war denn das? Kommt noch, ne? Da hinten. Ja, genau, hier. Das hab ich noch nie geschafft, scheiße. So, was hat er gesagt? Eins, zwei, zwei, drei, oder? Okay, es ist es sogar, hm? Tipp. Eins, zwei, zwei, acht. Okay. Allerdings, so, jetzt ist die Frage, äh, was hatten wir noch hier? Und noch etwas, oder? Nö, das ist es. Schwarze Brett. Ist eh ne coole Frage, wie kommen wir zurück, ne? So wie eben. Ach, das ist, nein. Ah. Leider sind wir nicht mit. Mann, beide, beide haben mich gekriegt. Mann, beide haben mich gekriegt. Das ist hier, wo ist das? Vater, die ist das? Xion Gabelwels, also Angeln Gabelwels, also Gabelwels, also Wie kann ich mich denn von hier wegbiegen? Ich habe gar keine idee Na super Diesmal nicht, mein Freund Wie kann ich mich denn von hier wegbiegen? Wie kann ich mich denn von hier wegbiegen? Hätte ich mich direkt von dort aus wieder wegbiegen können? Oder kann ich das jetzt hier von dem Telefon aus machen? Hier haben die mich eigentlich letztes Mal eingesammelt, na? Krass, wir können hier nochmal komplett rein Okay, ist aber nicht im Sinne des Erfinders Lass mal gucken, wie wir hier wegkommen Ich habe keine Ahnung Ich kann mich jetzt nicht hier vom Telefon irgendwo in eine andere Regierung bieten, ne? Und ich kann auch hier Meine ich zumindest Ich weiß nicht, wie wir hier sind 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 Ah, natürlich Oooo Junge Da steht er Ich vermute mal, wenn du schon mal hier warst, kennst du dich aus? Aber bleib auf der Hut Es kann sein, dass sich die Umgebung verändert Mh mh Ah, schwarze Brett, warte mal, kann man sich doch hinbeamen. Ah, wo ist das schwarze Brett, das ist doch irgendwo, blablub. Das haben wir auch noch nicht, okay. Ah, hier, ne, ja. Was ist denn hier eigentlich? Okay. Seit wann auch immer wir dort Zugang haben. So, schwarze Brett habe ich jetzt schon wieder nicht im Kopf. Drei hin, vier im Sinn. Nee, das ist ja viel zu weit. Warte mal, ähm. Ah, vollkommen falsch. Warte mal kurz, warte mal kurz. Schwarze Brett. Warum bin ich mir so verlaufen jetzt? Okay. Ich könnte auch noch ein paar coole Sachen kaufen, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ähm, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wo das schwarze Brett in Wirklichkeit ist. Meine Güte. Ja, hier auch nicht. Wo war denn das jetzt wirklich? Kann doch nicht sein. Tausendmal schon da gewesen. Hm. Das ist doch eigentlich total abgelegen. Also, das heißt hier irgendwo hinten drin. Und dann da, da irgendwo rauf. Ey, wie kann man so lost sein? Das kann ja nicht sein. Also, wir sind hier. Es ist eigentlich genau gegenüber. Oh mein Gott. Jetzt erinnere ich mich. Meine Güte. Okay, und hier kommen wir nicht durch, oder? Äh, okay. Eine weiter. Meine Güte. So, dann besser mal eine Pause machen, ne? Wenn man so verwirrt ist. So, zwei Cases haben wir gemacht, ne? Ich dachte, den anderen auch. Hm. Wüste, ne? Mhm. Okay, machen wir nächstes Mal. Also, erst mal Päuschen, ey. Also, wer so, so desorientiert ist. Schnell mal Pause machen. Also, bis dann. Ciao. Ciao.